Wir haben uns so eine Kleinigkeit einfallen lassen, weil wir sind ja schon so langsam im Dezember-Monaten, wo wir dann doch mit den Geschenken ein bisschen mehr um die Ecke kommen. Wir haben gesagt, wir verlosen ein 30-minütiges Telefonat mit dir für die Hörer und Hörerinnen, die diesen Podcast kommentieren, bewerten oder teilen. Die Regelwerke sind dann in den Show-Notes zu entdecken, wie ihr in der Lostrommel landen könnt, um mit Janin Katharina Pötz ein ganz individuelles 30-minütiges Gespräch zu haben, um euren Style zu feilen.